Verkaufsgespräche halten dich vom Verkauf ab. Klingt komisch, ist aber so. Wer als Coach, Beraterin oder Dienstleister tätig ist, kann ein Lied von Neukundengewinnung singen. Die neue Währung, die heißt Sichtbarkeit. Doch ist das wirklich so? In diesem Beitrag besprechen wir, was noch viel wichtiger ist als dein Marketing und auch die Sichtbarkeit. Und was du wirklich können musst, um Geld mit deinem Traumbusiness zu verdienen. Nehmen wir doch mal an, du hast ein Produkt oder eine Dienstleistung, mit der du anderen nicht nur helfen kannst, sondern dir auch genau das Leben aufbauen kannst, das du dir schon immer gewünscht hast. Einziger Haken, dein Angebot nehmen aktuell noch zu wenige Menschen an und das kann jetzt an drei Dingen liegen. Erstens, dein Angebot ist zwar prinzipiell gut, aber du sprichst vielleicht noch die falsche Zielgruppe an, sprich deine Positionierung ist noch nicht gut genug oder nicht spitz genug. Oder zweitens, du bist noch nicht sichtbar und zu wenige Menschen wissen von dir und deinem Angebot. Oder drittens, du bist zwar gut positioniert, bist auch sichtbar, aber du kannst im Erstgespräch mit deinen Klienten nicht überzeugend verkaufen. Alle diese Dinge, die haben eine Sache gemeinsam. Du verdienst nicht das Geld, das du mit deiner Expertise eigentlich verdient hättest. Und noch viel schlimmer, du kannst anderen Menschen mit deinem Angebot dann auch nicht helfen, weil niemand deine Hilfe annimmt. Das kann frustrierend sein. Und nicht selten geben Menschen, die eigentlich eine tolle Expertise haben, verfrüht auf, weil sie sich die Tätigkeit dann irgendwann mal schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können. Und oft höre ich von meinen Klienten, wenn sie zu mir kommen, Sätze wie Ich poste doch schon jeden Tag auf Social Media oder ich gebe schon mega viel Geld für Werbung aus oder ich gehe schon mit den Preisen runter, wenn mal jemand ein Gespräch gebucht hat. Und genau diese Dinge, die kosten entweder sehr viel Geld oder aber zumindest Zeit und auch Nerven, wenn sie nicht den erwünschten Effekt bringen. Ich hatte dir ja eingangs bereits gesagt, dass ich daran zweifle, ob Sichtbarkeit wirklich die neue Währung ist. Es ist für mich ein Teil des Erfolges, klar. Ohne Sichtbarkeit kein Verkauf, aber Sichtbarkeit allein nutzt eben auch nur dann etwas, wenn Kunden entweder von alleine kaufen oder du aber im Verkaufsgespräch Geld verdienst. Denn dein Marketing, das spült dir zwar die Interessenten ins Haus, aber diese Interessenten dann auch abzuschließen, das ist die Kür. Noch mehr, wenn du es in der Königsdisziplin am Telefon kannst. Merk dir daher mal meinen Leitsatz, Verkauf bezahlt Marketing. Denn sind wir mal ganz ehrlich, Verkaufen ist das Einzige, womit man Geld verdient. Alles, was davor passiert, das kostet ja erstmal nur Geld. Schaltest du zum Beispiel Werbeanzeigen, generierst Interessenten und kannst dann nicht überzeugen, bleibst du auf den Kosten der Werbeanzeige quasi sitzen. Gleiches gilt für Social Media Beiträge. All die Zeit, die du investierst, um die Beiträge zu planen, zu schreiben, zu posten und vielleicht auch Geld, das du in die Hand nimmst, um die Beiträge vielleicht später zu pushen, zahlen sich am Ende des Tages nur dann aus, wenn du deine Interessenten in zahlende Kunden verwandelst. Also alles, was du bis zu einem Verkaufsgespräch getan hast, das war nur Vertrauen aufzubauen, damit deine Kunden vielleicht bei dir kaufen. Und je hochpreisiger du verkaufst, umso wichtiger ist es, dass du auch im Verkaufsgespräch überzeugen kannst. Menschen wollen ab einem bestimmten Punkt ein Gespräch, ein Telefonat, ein Videocall oder auch mal ein persönliches Gespräch. Und je mehr sie an dir und deiner Dienstleistung zweifeln, umso mehr musst du natürlich klar und deutlich machen, dass dein Angebot perfekt passt. Immer vorausgesetzt, dass es das auch wirklich tut. Denn ansonsten hinterlässt du verbrannte Erde, unzufriedene Kundinnen und Kunden und das ist ja nicht Ziel deiner Unternehmung. Deswegen an dieser Stelle mein Tipp. Lerne zu kommunizieren und zu überzeugen, denn nichts anderes ist Verkaufen. Ja, Verkaufen ist nur kommunizieren und überzeugen, mehr nicht. Vielleicht sagst du dir jetzt ja, ja, Verkaufen mache ich nebenbei und der Kunde kommt ja schon mit einer Kaufabsicht. Und ja, die Ja-Sager nimmst du natürlich mit, sofern sie zu dir und deinem Angebot passen. Aber was ist mit den Menschen, die dir Dinge sagen wie, ich muss mir das überlegen, ich will mich noch besprechen, ich habe kein Geld, ist es mir zu teuer oder ich habe ja noch Zeit. Du lässt vielleicht viele dieser Menschen gehen, weil du ihnen nichts aufschwatzen möchtest oder sie nicht drängeln willst. Und genau da liegt der Hauptgrund für weniger Kunden und auch weniger Umsatz. Dein Mindset ist nicht auf Erfolg ausgelegt. Denn Menschen, zu denen dein Angebot ja prinzipiell passt, brauchen deine Hilfe ja wirklich. Und oft brauchen sie sie auch jetzt und nicht irgendwann. Bist du zum Beispiel Gesundheitscoach und jemand sagt zu dir, er überlegte sich, hat ja noch Zeit. Dann kann es sein, dass dieser Mensch sich entweder nie für ein Coaching entscheidet, weil er Dinge vor sich herschiebt. Oder noch schlimmer, er geht zu einem Coach, dessen Expertise viel schlechter ist als deine. Dein Kunde macht dann dort negative Erfahrungen und bucht nie wieder ein Coaching, weil er sich bestätigt fühlt, dass Coachings eh nichts bringen. Als Coach oder Kreativdienstleister ist eine deiner Aufgaben, Kunden an die Hand zu nehmen und sie an ihr Ziel zu führen. Denn ansonsten bräuchten diese Kunden deine Hilfe nicht. Sie schaffen es vielleicht nur mit deiner Hilfe. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du dein Angebot und vor allem deine Persönlichkeit so gut kommunizierst, dass man dir vertraut. Dich bucht und dann auch später weiterempfiehlt, weil du nicht nur gutes Marketing machst, sondern deine Kundenversprechen auch hältst. Also lass niemals zu, dass dein Verkaufsgespräch das einzige an dir und deiner Expertise ist, was nicht funktioniert. Lass nicht zu, dass Menschen, denen du mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt wirklich helfen kannst, bei jemand anders kaufen, nur weil der eine Sache besser kann. Nämlich das Verkaufsgespräch. Und wenn du jetzt mehr darüber wissen möchtest, wie du dich als Coach, Beraterin oder Kreativdienstleister perfekt positionierst, Marketing betreibst, Interessenten auf dich aufmerksam machst und du diese letztendlich auch als Kundinnen und Kunden gewinnst, dann vereinbar ein kostenloses Beratungsgespräch über meine Webseite www.uwebote.de. Wir selbst haben 100% Kundenzufriedenheit und ich gebe mein Wissen aus über 30 Jahren Verkauf und Kundenkommunikation seit 2007 an tausende Teilnehmer meines Coachings weiter. Also ich freue mich auf dich. Vielleicht bis bald. In diesem Sinne, dein Uwe. Das war Secrets of Safe, der Podcast von Uwe Bote. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.